Willkommen bei Level 9. Mit Level 9 verfügen Sie über eines der modernsten und anwenderfreundlichsten Analyseprogramme für die private Krankenvoll- und Zusatzversicherung. Ob Neuabschluss oder Optimierung eines bestehenden Versicherungsschutzes, mit Level 9 verfügen Sie als Berater über ein perfektes Werkzeug, welches von vielen tausend Vermittlern mittlerweile eingesetzt wird. In diesem Video erhalten Sie einen kurzen Einblick über die vielen Vorteile, die Level 9 Ihnen als Berater bietet. Mit dem integrierten Bedingungsassistenten erfassen Sie schnell und präzise die Bedürfnisse Ihrer Kunden. Auf Wunsch können Sie Ihrem Kunden auch einen individuell angepassten Fragebogen aus Level 9 direkt zusenden. Basierend auf den Wünschen des Kunden oder ihren Vorgaben errechnet Level 9 einen Erfüllungsgrad für jede Tarifkombination. Darüber hinaus können auch individuelle Beratungsschwerpunkte als K.O.-Kriterien definiert werden. Erfüllt ein Tarif die Vorgaben Ihres Kunden nicht oder nur teilweise, werden diese transparent dargestellt. Mit der Referenzfunktion sehen Sie mit nur einem Klick, wo ein Mitbewerber schwächer ist, wie zum Beispiel Ihr Angebot. Über diesen Weg lassen sich zum Beispiel auch die Schwachstellen der gesetzlichen Krankenversicherungen im Vergleich zu einem privaten Krankenversicherer darstellen. Mit dem ansprechenden und übersichtlichen Ausdruck überzeugen Sie Ihre Kunden auf fachlich höchstem Niveau. Mit Level 9 erkennen Sie und Ihre Kunden Schwachstellen und zum Beispiel versteckte Selbstbeteiligung direkt auf einen Blick. Auch die Optimierung von bestehenden Versicherungsverträgen ist spielerisch möglich. Fügen Sie ganz einfach mit wenigen Klicks Alt-Tarife hinzu und vergleichen Sie diese mit aktuellen verkaufsoffenen Tarifen. Hat Ihr Kunde eine schwere Erkrankung können Sie schon zu Beginn der Beratung prüfen, in welchen Tarifen eine Annahme überhaupt noch möglich ist. Hierzu stehen von diversen Versicherungsgesellschaften mehr als 500 Diagnosen zur Verfügung. Über das Riva-Portal können Sie direkt aus Level 9 Voranfragen an bis zu vier Versicherungsgesellschaften schicken. Die Voten der Risikoprüfer werden Ihnen dann automatisch wieder in Level 9 eingespielt. Das Votum der Versicherer wird Ihnen automatisch als Riva-Dokumentation zur Verfügung gestellt. Mit dieser Anlage brauchen Sie die Gesundheitsfragen im Antrag nicht mehr auszufüllen. Auf Wunsch erstellen Sie mit einem Klick direkt aus Level 9 vorausgefüllte Anträge in allen Sparten. Für mehr Sicherheit während und auch nach der Beratung stellt Ihnen Level 9 eine umfassende und anwaltlich zertifizierte Beratungsdokumentation zur Verfügung. Neben der Qualität des Versicherungsschutzes spielt die Auswahl des Versicherers eine zunehmende Rolle. Erkennen Sie Tendenzen, wo liegen Werte über oder unter dem Marktdurchschnitt und wo haben Versicherer ihre Stärken und Schwächen. Mit Level 9 setzen Sie auf ein führendes Tool für präzise Vergleiche, Vorteile im Wettbewerb, sichere Beratungen und zufriedenere Kunden. Testen Sie Level 9 PKV jetzt 30 Tage kostenfrei und nehmen Sie an einer unserer zahlreichen kostenfreien Schulungen teil. Jetzt auf www.level9.de slash testen registrieren und sofort loslegen.